So, da sind wir jetzt mal wieder, auf einer Folge von Wolfsham. Wir sind hier am... ...machen. Boah. Da müssen wir Gas geben, jedes Mal ein bisschen... ...größer. Dank an mir. Wie gesagt, wir laden jetzt alle auf. Was wir ja... ...macht noch bis jetzt, ja? Ja? Ich hoffe das auf... ...auf dem... ...hoffen, dass da geht. Auf... ...drauf. Auf... ...drauf. Auf... Naja, den muss ich noch mal drauf machen. Den müssen wir noch mal drauf machen. Naja, aber probiert es einfach noch mal so. Nein? Nein, die sind da hin. So quer. So, ich dachte, ich kann jetzt gerade eigentlich noch mal los nicht so hin. Aber was soll es? Das hier. Machen wir heute mal rein. Anders dran. 2er-Henz. Richtig drin im Aufladen. Aufladen. Aber es geht schon. So, da stellen wir das an. Wir legen mal hin. 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 Auch nicht verkehrt. Vielleicht kann ich nochmal anders. Wir legen mal hin. Wir legen mal hin. Der ist. Wir legen mal hin. Ok. Der ist nicht ausgeglichen. Ich bin fast. Wird ich vielleicht doch nochmal auf den anderen zu gehen. Hand haben kann. Weil wir wollen sie ja schon gleichmäßig da rein haben. Wir sehen auch Eingeprext. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt da reinkriegen. Da sieht man nicht drauf. Wie das aussieht. Müssen wir die einzelnen draufpacken. Da unten. So, und sonst, die Woche habt ihr dann weit gut gefunden. Wird auch den Feiertag. Wollen wir mal so weiter, was jetzt noch kommt auf der ganzen Sache. Nein. Ja. Ja. Da oben bleiben. Was ist ... Ja, das ist ... Ja, das ist ... mit den 1 der gabel da reingekommen anders da wenn das unbedingt heute wird das ding echt ärgern wenn er meint dass wir das was ich dann auch eigentlich sollte das so sein wie ihr seht geht ja eigentlich auch hier geht es wieder die meisten geht dann oben drauf nochmal und machen halt nur 3 hier rein ist irgendwo ein bisschen sehr komisch aber wir machen das jetzt so da kommt jetzt noch eine machen wir jetzt noch zwei so hin dass ich das natürlich auch lohnt man merkt ich bin aus der übung ich hatte mal das was denn hier was denn jetzt hier weiße die leute die beiden wollen mich doch ärgern also jetzt geht es los echte jetzt kriegt das die ist in Ordnung jetzt kriegt das nicht los oder was gut wenn die meinen dass die uns jetzt ganz ärgern ich muss gleich nochmal gucken das kann es jetzt grad nicht sein hm stehen tue ich das jetzt gerade nicht an den anhänger hier machen wir das mal so dass wir hängen bleiben und wir versuchen jetzt noch auf den letzten noch was draufzuladen dass es so anders mal so nicht funktionieren tut wie ich es eigentlich normalerweise geplant hatte ja ist in ordnung ich meine also heute ist es wirklich echt erworben drin heute ist erworben drin ja man merkt also ich bin schon jetzt wach heute normalerweise kommt 31 ora 1 1 1 Also so langsam, wenn du wollen soll, wird das Ding, schaffst du nicht, der Anhänger. Also so viel, so viel, so viel, wenn ich, wenn ich mehr. Ne, vorwärts auch noch. Das kriegen wir schon hin, wie gedacht. Ne, wir wollen vorwärts. So, mach mir echt raus heute hier. Aber egal, kann mal sein, hat nichts Ändernd dazu. Das ist ja eigentlich auch schon. Ich hab gedacht, wir wollen ja das unbedingt los runterholen hier, alles, das ganze Feld. Das wird nur druck, sodass die sehen. Ja, ähm, da bin ich hier. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. es war jetzt gesagt also ich habe manchmal ist es aber funktioniert auch nicht beim ersten anhänger ist wunderbar der gut ich muss aber ich muss auch erst mal rein fuchs aber auch doch wisse bescheiden einfach so oder kommen wir hinten noch mal ich hätte mich gar nicht machen an also glück haben können wir sogar alle drauf was ich aber nicht glaube ich ganz glaube erfahren auf jeden fall noch mal generell zwei mal also die hänge ja eigentlich nicht verkehrt aus also vom system her komisch verhalten auch auch egal Ja, ich meine... Vorher sind wir... Nein. Den Ecke. Nein, haben wir keinen mehr. Das ist irgendwo ein bisschen blöd, wenn der weiß wo... Aber es ist... Ich. Einfach zu tun. Danke zum Laden. Halt. Nein, komm nicht hoch. So, gut. Machen die drauf. Wir fahren mit denen. Erstmal nochmal... Auf den Hof. Oh, der hat aber auch ganz cool. So, wir gucken. Wir trinken noch einmal kurz hier runter. Dann nehmen wir gleich noch eine mit. Wir können hier noch... Hier vorne noch eine reinpacken. Wird das sogar noch sein? Ne, drei Stück. Drei Stück haben wir noch. Ja, wunderbar. Eigentlich... Also... Stapeln mäßig sind wir eine Eins. Muss ich mal behaupten. Da sind wir erstmal... Da sind wir erstmal auch... Wie gesagt, ich mach das jetzt hier noch... weit offgehender fertig. Ich sage erstmal... Dass ihr da eingestellt habt. Ich freue mich, dass ihr wieder... Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja. Linkt an die Däumchen und an die Kommis. Wir hören uns ja beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.